Zwei Engel, die vom Himmel purzen. 1. Dezember Eines kalten Winterabends purzen zwei kleine, neugierige Engelchen vom Himmel auf die Erde und, oh schreck, verlieren dabei ihre Flügel. Sie suchen sie überall, aber können sie einfach nicht mehr finden. Die Flügel sind verschwunden. Oh nein, oh nein, wie kommen wir jetzt nur wieder zurück in den Himmel, fragen sie sich gegenseitig. Ohne Flügel müssen wir auf der Erde bleiben und können nicht mehr fliegen, schluchzen die beiden Engel und werden ganz traurig. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann morgen am 2. Dezember.